Ja hallo hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und Klaus hat wieder Lust auf eine Runde mit dem Motorrad zu fahren. Ich hol mir erst mal hier meinen Tagesbonus ab. Ein Gold, ok. Und das hier ist mein neues Motorrad. Habe ich das gesehen? Das habe ich gestern gekauft. Immer das Blaue also. Bisher hatte ich ja das Grüne. Jetzt fahre ich also mit dem Blauen. Und ich bin, was auch gestern passiert ist, da gestern tatsächlich auf Level 9 gekommen, wie man oben sieht. Also Level 9. Mein Konto ist jetzt natürlich im Keller. Aber dafür habe ich jetzt ein neues Motorrad. Was das genau kann, weiß ich immer noch nicht. Ich muss noch nachschauen. Und hier habe ich genau in der Garage. Das ist ein neuer Flitzer. Der hat Power 85, Handlinger 80 und Bamsen 70. Ja. Gut. Also bisher hatte ich, jetzt habe ich also eine KBX 250. Und ja, die denkt sich auch ganz komisch. So wie schwerfältig. Also ich könnte 9.000 ausgeben und dann könnte ich das ja verbessern. Aber ich möchte erst mal damit ein bisschen fahren. Also das ist jetzt ein neues Motorrad. Vielleicht gar nicht, dass er nochmal so in der Mitte zu fahren ist. Also das ist jetzt ein neues Motorrad. Vielleicht gar nicht, dass er nochmal so in der Mitte zu fahren ist. Ja, das geht, wie schwerfältig. Ja, das tut nicht. Ich wollte sie da jetzt so schön schräg und vorbei. Aber ja, was ist los hier? Und dann geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So habe ich mir das nicht gedacht. So nicht. Also auf ein neues. Vielleicht kann ich jetzt mal lernen, hier die Maschine auf der Straße zu halten, ohne das Schutzblech hier da. Und so sind wir jetzt. Ich habe zwar gebremst, aber das ging nicht schnell genug. Das ging nicht schnell genug. Also, ob ich vielleicht auf der falschen Seite fahre oder beginne meine Touren. Okay. 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 So. Okay. 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 Ich habe die Schmengen gehabt. tja schon wieder nicht also punkte bekomme ich aber ich weiß nicht genau wofür so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ja, so nicht, so nicht, okay Jetzt bin ich da und jetzt muss ich also dorthin Mission 5, Höchstpunktzahl Höchstpunktzahl Überhüllende 10 Outfits in 10 Sekunden Ich bin schon 5 Sekunden, ich bin schon 5 Sekunden, ich bin schon 5 Sekunden Das heißt, ich muss wahrscheinlich das Motorrad wieder aufrüsten. Ja, jetzt fängt es daran zu richten, das ist klar. Ich sehe überhaupt kein Auto. Da kommt das erste Auto, das ich überholen kann. Da haben wir das dritte. Da haben wir das dritte. Wenn ich das in mich so fülle, kann ich es nicht um die Ecke. Jetzt will er nicht. Was soll dieser Quatsch hier mit dem Afeinbein rum? Ich bin dann doch kein Motorradfahrer. Also ich habe nie ein Egeiz gehabt hier auf einmal zu fahren. Wo ist das erste Auto? Da kommen die ersten Autos. Ich verstehe nicht hier. Ja. Sind schon 10 Sekunden weg, bevor ich hier überhaupt ein paar Autos sehe, die ich hier überholen kann. So schnell kann ich gar nicht mehr rüber. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder auf. Nein wollen wir nicht. Und wir wollen jetzt wieder zurück. Und wie sieht das aus? 19 Gold und 20.000 Dollar. Und so bitte wieder zurück. Und so weiter. Und dann ist das auch wieder zurück. Dann bin ich da groß. Tschüss.